Musik Piraten sägen eigenen Landtagskandidaten ab. Grund? Kandidat forderte Meinungsfreiheit. Hannover. Die Piratenpartei in Niedersachsen hat die Aufstellung des Kandidaten Carsten Schulz für die Landtagswahl annulliert, da er sich gegen die Strafverfolgung von Meinungsäußerung einsetzt. Demnach solle die Meinungsfreiheit nicht mehr durch Strafen eingeschränkt werden. Dabei soll er unter anderem auch die Straffreiheit für das Leugnen des Holocaust und den freien Verkauf von Adolf Hitlers Buch Mein Kampf gefordert haben. Wegen der Anzweiflung des Holocaust wurden in der BRD schon etliche Menschen angeklagt. So wurde zum Beispiel der Rechtsanwalt Horst Mahler wegen derartiger Meinungsäußerung zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Diese Strafverfolgung prangerte der Pirat Carsten Schulz an. Doch sein Einsatz für die uneingeschränkte Meinungsfreiheit ging seiner Partei zu weit. Daher wurde seine Kandidatur von der Partei kurzerhand annulliert. Wie die Piraten mitteilten, stehe die Forderung nach einer Entkriminalisierung der Leugnung des Holocausts der Auffassung der allermeisten Mitglieder der Piratenpartei Niedersachsen diametral entgegen. Einzelne Piraten, die diese Meinung dennoch vertreten, seien nicht geeignet, die Partei in der Öffentlichkeit zu repräsentieren, erklärte der Vorstand. Rechte Tendenzen unterstellt die Partei dem kritisierten Kandidaten nicht. Der Mann trete konsequent für die Meinungsfreiheit ein, habe dafür aber nach Ansicht der Piratenpartei denkbar schlechte Beispiele gewählt. Wir werden dementsprechend nicht akzeptieren, dass diese Personen sich im Namen der Piratenpartei Niedersachsen für Mandate auf allen Ebenen bewerben und von unseren Rechten als Landesvorstand unmissverständlich Gebrauch machen. Damit solle eine mögliche rechtsradikale Unterwanderung der Partei unterbunden werden, sagte ein Parteisprecher am Mittwoch. Keine Stimme und kein Fußbreit den Nazis, heiße es deshalb in der Stellungnahme des Landesvorstandes. Der Bezirk Hannover Mitte müsse nun erneut einen Kandidaten wählen, sagte der Parteisprecher. Theoretisch könne das umstrittene Piratenmitglied erneut aufgestellt werden. In dem Fall würde die Partei darauf bestehen, dass er entsprechende Äußerungen unterlässt. Die Bl cleansingen Den Einspray nachdoen CSST Die Bl